Sichere Schüttgutanlagen. Perfekte Prozesssysteme. Vollendete Verfahrenstechnik. Das ist Hechttechnologie. So, so. Da kann ich mir jetzt auch nichts darunter vorstellen. Aber kommt mal mit und dann zeigen wir euch, was wir wirklich arbeiten. Nach wie vor geht es bei uns immer ums Thema Schüttgut. 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 Und Maschinenbau. Sondermaschinenbau. Aber was ist das eigentlich? Schüttgut. Schüttgut findet man nicht nur im Kieswerk, sondern in tausenden Produkten des täglichen Bedarfs. Von der Autobatterie bis zur Zahnpasta. Aha. Schüttgut ist also nicht gleich Schüttgut. Die riesige Anzahl von Pulvern und Granulaten unterscheidet sich durch verschiedene chemische und physikalische Eigenschaften, die entscheidend für die spätere Prozestechnik sind. Und je komplexer und widerspenstiger, desto schöner die Herausforderung für uns. Damit das Ausgangsmaterial A Endprodukt B wird, unterstützen wir als Firma Hecht eine Vielzahl an Kunden in den Bereichen Pharma, Food und Chemie. Durch höchste Qualität Made in Germany sind wir in ihrer wertschöpfenden Prozesskette das werterhaltende Bindeglied. Wir befassen uns mit dem Fördern, dem Entleeren und Befüllen von unterschiedlichsten Pulvern. Wir stellen genaue und reproduzierbare Dosierungen sicher und überwachen die Produktqualität durch Probenahmesysteme. Dabei stehen Bediener und Produktschutz von toxischen und empfindlichen Stoffen stets an erster Stelle. Und darüber hinaus wird bei uns geforscht, getestet, entwickelt, getestet, verbessert und patentiert. Wir erfüllen individuelle Wünsche. Wir sind hecht-smart und hecht-stark. Wir sorgen für hohe Sicherheitsstandards und einfache Handhabung. Und wir schätzen und setzen Standards. Man kann auch sagen, echt-hecht. Oder hecht-echt. Als Familienunternehmen versteht es sich von selbst, dass in einer offenen Unternehmenskultur partnerschaftlich und fair miteinander umgegangen wird. Sowohl mit Mitarbeitern und Lieferanten, als auch mit Kunden und Geschäftspartnern. Wir führen FATs bei uns vor Ort durch und rollen sogar den roten Teppich aus. Vermeintliche Schwierigkeiten lösen wir gemeinsam durch ein vertrauensvolles Verhältnis. Wir hören zu. Wir gehen auch nach Feierabend in die Verlängerung und suchen den direkten Kontakt, um Kunden weltweit den entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Denn als kompetenter Partner im sicheren Schüttguthandling steht unser Familienunternehmen für passgenaue und effiziente Lösungen. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Auf Neudeutsch heißt es, we care. So, Feierabend.